Awards sind für mich insgesamt nicht das wichtigste Ergebnis meiner Arbeit, sondern die Kundenzufriedenheit. Und genau da finde ich es spannend, dass der EFI dort ansetzt, diese Kundenzufriedenheit wieder zu spiegeln, nämlich in der Wirkung unserer Maßnahmen und somit auch wieder zu spiegeln, dass unsere Arbeit einen Effekt hat und für unsere Kunden etwas erreicht und nicht nur uns als Kreative zu feiern.